Last One Laughing, die dritte Staffel. Man muss auf der einen Seite die anderen zum Lachen bringen, aber selbst sich unter Kontrolle halten. Das ist sechs Stunden Anspannung, sechs Stunden Selbstbeherrschung und eine Regel. Wer lacht, fliegt raus. Ring frei für Runde drei. Ein Elch! Wie lange muss ich denn drauf lassen? Ich bin ready for Rumble. Ja, 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 ja! Promotion Tops! Ich hab's so gekämmt. Das ist so bekloppt, wirklich. Mit Abdel Karim, Hazel Proger, Anke Engelke, Christoph Maria Herbst, Michelle Hunziger, Carolin Kebekus, Mirko Nonchev, Paulina Ruzinski, Olaf Schubert und Axel Stein. Ich wollte hier einmal trocken durchwischen. One, two, three! Last One Laughing, die dritte Staffel. Ab 14. April, nur bei Amazon Prime Video.